Hallo, Bob. Wie geht es dir? Hi, Bob. How are you? Mir geht es gut. Danke. Und dir? I'm good. Thanks. You? Mir geht es großartig. Ich hatte einen produktiven Tag. I'm great. I had a productive day. Mir geht es großartig. Ich hatte einen produktiven Tag. Was hast du gemacht? What did you do? Was hast du gemacht? Ich habe Yoga gemacht, ein gesundes Frühstück gegessen und bin zur Arbeit gegangen. I did some yoga, had a healthy breakfast and went to work. Ich habe Yoga gemacht, ein gesundes Frühstück gegessen und bin zur Arbeit gegangen. Was machst du beruflich? What do you do for work? Was machst du beruflich? Ich bin Lehrerin an einer Sprachschule. I'm a teacher at a language school. Ich bin Lehrerin an einer Sprachschule. Das klingt interessant. That sounds interesting. Das klingt interessant. Ja, ist es. Ich liebe es. Und du? It is. I love it. What about you? Ja, ist es. Ich liebe es. Und du? Ich habe ausgeschlafen, ferngesehen, Pizza gegessen und ein paar Videospiele gespielt. I slept in late, watched some TV, had a pizza and played some video games. Ich habe ausgeschlafen, ferngesehen, Pizza gegessen und ein paar Videospiele gespielt. Was für Videospiele spielst du? What kind of video games? Action und Abenteuerspiele. Action and adventure games. Spielst du online oder offline? Do you play online or offline? Online mit meinen Freunden? Online with my friends. Das klingt cool. That sounds cool. Ja, das macht Spaß. Ich genieße es. It is. I enjoy it. Diehst du Bücher oder hörst du Musik? Do you read books or listen to music? Diehst du Bücher oder hörst du Musik? Nein, nicht wirklich. No, not really. Nein, nicht wirklich. Ich schon. Ich mag inspirierende Bücher und entspannende Musik. I do. I like inspiring books and relaxing music. Ich schon. Ich mag inspirierende Bücher und entspannende Musik. Hast du Favoriten? Do you have any favorites? Hast du Favoriten? J.K. Rowling und Ed Sheeran. J.K. Rowling und Ed Sheeran. J.K. Rowling und Ed Sheeran. Oh, die mag ich auch. Oh, I like them too. Oh, die mag ich auch. Wir haben einige Gemeinsamkeiten. We have some things in common. Wir haben einige Gemeinsamkeiten. Ja, das stimmt. Yes, we do. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir öfter etwas zusammen unternehmen. Maybe we can hang out more often. Vielleicht können wir öfter etwas zusammen unternehmen. Klar, das wäre schön. Sure, that would be nice. Klar, das wäre schön. Wie wäre es mit morgen? Hast du Pläne? Wie wäre es mit morgen? Hast du Pläne? Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Wie wäre es dann, wenn wir ins Kino gehen? Da läuft eine neue Komödie, die lustig aussieht. Wie wäre es dann, wenn wir ins Kino gehen? Da läuft eine neue Komödie, die lustig aussieht. Sicher, warum nicht? Wir treffen uns um 19 Uhr im Kino. Let's meet at the theater at 7 p.m. Wir treffen uns um 19 Uhr im Kino. Okay. Okay. Bis morgen dann. See you tomorrow, then. Bis morgen dann. Bis morgen. See you tomorrow. Bye for now. Bis morgen.